Schönen guten Tag Schönen guten, schönen guten Tag Schönen guten Tag Schönen guten Tag Grüezi, liebe Freunde, nein, ich mach das jetzt leiser, das nervt grad ein bisschen Soll hier nur leichte Hintergrund, Hintermalung sein Ähm, für mein kleines, unnötiges Geschwaffel Hm, ja Yo Neben Quest, und zwar Hab ich, glaub ich, nein, hier hab ich reingeschaut, irgendwas wollte ich das letzte Mal tun Tun Hier Hey, naja Mist, hier ist gar nichts, warum bin ich denn da Ja Ja Eisen Den können wir im Magiaturm gegen Gold austauschen Ich hab Grafikfehler Scheiße Dann tu ich mal kurz die Geräusche erstens mal wieder Die Render Distanz tu ich mal wieder, schön auf normal Dann mach ich Die Grafik noch mal Schön, schön schnell Ja, das ist doch wirklich schon viel besser Hier, darf den Turm fahren wir das letzte Mal schauen Von dem bin ich hier grad runtergefallen Hier die Mauer Hier die Mauer, die Kiste haben wir sicher schon Jupp Dann geht es jetzt weiter an der Mauer entlang Ich kann mich nur gerade an wenig erinnern Das ist das Problem Weil Ich hab jetzt schon eine Woche wieder nicht gespielt Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber immerhin war es möglich Ah, ist das da Ah, nein Ist nicht möglich Schade Mist Also, hier unten Hier gibt's doch was Hoch 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 Ihr habt nichts gesehen Es war gar nichts los Also Hier geht's nicht weiter Ich muss mal kurz schauen Ich hab nämlich auf Äh, YouTube, glaube ich Eine kleine Benachrichtigung Des Map-Bauers gelesen Während ihr noch die schöne Musik hört Und zwar Ah, was ist die Hier Hier Nee Nein, ich will Ich will nicht nach Hause fahren Nein, ich möchte dich nicht Also, nein, dann war es im Minecraft Forum Und zwar Da habe ich jetzt nämlich eine Muss ich mir mal anmelden Ich werde übrigens nicht mein Kennwort preisgeben Gleich für alle die Fragen Kennwort Kennwort Also Muss ich jetzt nochmal kurz schauen Tut mir leid, dass ich das nicht vorgemacht habe Aber wie gesagt Alles live Alles live Alles ungeschnitten Äh, und zwar Vom guten Herrn Dunkelpfeil ist das Äh, ich sollte mich Du bist kurz vor deinem Sprung von der Burgen am Schalter für die Tür vorbeigelaufen Okay, das Äh, okay, erst wenn ich eine Rüstung habe, soll ich das machen Äh Äh Ich, und ich soll mich im Dorf ausrüsten Okay Quest später machen Hinterkopf Hinterkopf Funktioniert bitte einmal Ich hoffe Moment Na Das kommt mir noch gar zu laut vor Ich muss den Sound bei mir gerade mal ein bisschen leiser machen Das ist doch schon deutlich besser Jetzt ist die Musik auch nur im Hintergrund Das ist angenehm Äh, ich hoffe, ich habe auf Aufnahme gedrückt Ja, natürlich habe ich das Also, hier ist der Magierturm Da können wir jetzt direkt Einen Eisenbahn gegen Baremünze umtauschen Ich habe hier irgendwas gemacht Mist Ich weiß nicht wo Hier ist sicher ein Knopf versteckt Das schaut sonst schon so aus Als würde da ein Knopf versteckt sein Äh Schadenstrank Regeneration ist Zwei Münzen Kaufen wir uns mal Einen Regenerationstrank Und hier konnte man ja irgendwo Das Geld umwandeln Sehr gut Schneegolem Schneegolem Eisengolem wäre toll Sonst gibt es hier aber nichts mehr Also gehen wir mal zurück Zum Dorf Und dann zu dieser Kirche Und behalten die verfluchte Burg Im Hinterkopf Die heutige Aufnahme kann übrigens nicht so lang werden Also Die Aufnahme wird schon lang Nur die heutige Folge Weil Ich nehme das jetzt gerade Eben an diesem Sonntag Um 19 Uhr auf Das heißt Und ich muss noch rendern Was und hochladen Was etwa eine Stunde Insgesamt beansprucht Das heißt Ihr werdet die Folge spät sehen Wenn ich es überhaupt noch heute Euch angucke Ähm Und die Folge kann nicht Hügelgab Um was wecken wir Dass das dort ist Dorfschmiede Haben die Zufällig ein Eisenschwer Hier gibt es Äh Eisenhelm und Stiefel Zwei Bein Drei Und Was ist Du Du stehst mir da davor Holzschwert Steinschwert Eisenschwert Eisenschwert Fünf Wäre aber natürlich Nicht schlecht Wie passen die anderen Sachen Holzhacke Ah oder Na nehmen wir uns Eine Steinhacke Nehmen wir Oder wobei Holzhacke Ja eine Holzhacke Kann man uns leisten Und Einmal das Und einmal das Das wären dann Zwei 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 So Macht mir zumindest ein bisschen Oder Du mal es noch für drei Die Also Nein für drei Also nein für drei Für drei Kohle kaufen Kohle kaufen Nebenquest Kohle 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 Dafür werden wir vermutlich in die Mine gehen müssen Gegen Gegen Monster kämpfen Ja wir kommen Ist hier im Brunnen noch was eigentlich Ist hier im Brunnen noch was eigentlich Ist hier im Brunnen noch was eigentlich Ja hier ist es ist gut gelöst da kann man nicht so gut ersaufen hier drinnen wenn man hier immer Luft Blasen hat das ist gut gemacht meiner Meinung nach Sonst ist vorröckig sicher hier nicht Wäre ein bisschen ungut Wäre ein bisschen ungut Sekunde ich muss mal meine Maus kurz zurecht legen Sekunde So Ist schon wieder da Lad nach Sehr gut danke Ja oder kann man Ah Muss schauen Kann man Irgendwie Da her Ist jetzt vielleicht Das Lagerhaus aufgegangen Nein Leider nicht Schade 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 Pferd B Lasst mich durch Ich Soll die leben lassen wenn die sich so anstellen Äh eine A bett Ich würde eh Ich würde lieber mehr Gold finden Hier ein Steak und Brod und Melone Brod und Melone Weil wir haben das hier an Sachen, Fackeln haben wir überhaupt keine, ach Gott, wo führt uns die denn genau hin, da entlang, was ist das, fangt da sofort den Heil an, da waren wir schon drinnen, da waren wir auch schon drinnen, hier glaube ich könnten wir irgendwie aufs Lagerhaus kommen, oder, boah, das ist irgendwie ungut, warum habe ich diese Grafikfehler bei Minecraft, ich weiß es nicht, ich habe einen der besten PCs, den es momentan gibt, sogar selbst zusammengestellt, ah, Bogen wäre natürlich für 3G geil, 3G geil, ich kaufe ihn mir einfach mal, mir wurde gesagt, ich soll mich gut ausrüsten, also das sind die etwas billigeren Sachen, Heiltrank, 3M, Schadensrank, was macht das Schaden, so verdammt das Schaden, Schaden, Wurftrank des Schadens, 1M, nein, Wurf und Kekse, na, naja, oder es liegt an dem Regen, hier, naja, Uhr brauchen wir nicht wirklich, weil wir sehen es ja, okay, ich werde mich jetzt mal in diese verlassene Mine begeben, und hier hat sich was aufgemacht, das war vorher noch nicht da, anscheinend hast du den Schatz gefunden, ja, Schatz, Eisenhelm, ich, ich nehme einfach mal an, ich darf den jetzt umtauschen, weil das ist ja quasi ein Gegenpreis, hier, ich gehe sogar zum Dorfschmied, der das hier braucht, der, der Helm hat mich 2G kostet, die kriege ich jetzt wieder, weil ich habe einen genauso intakten Eisenhelm gebracht, es wird ihm vielleicht gar nicht auffallen, dass es nicht dasselbe ist, naja, Tür nachts geschlossen, wir kaufen, wir legen uns jetzt nur einmal noch schlafen, bitte, also, wir legen uns jetzt gleich nochmal schlafen, und ich schaue nochmal eine Sekunde, wie lange ich schon aufnehme, knapp 15 Minuten, mhm, das heißt, ich werde die Folge jetzt gleich beenden, vorher gehe ich nur nochmal zur Mine, ohne Grafikfehler, jetzt hoffe ich, bitte, ich, Mist, das ist kacke, ich werde jetzt gleich, zwischen der zweiten und dritten Folge, die ich direkt hintereinander aufnehmen werde, weil ich gar nicht Bock drauf habe, werde ich nochmal ganz kurz, ähm, erstens mein Renderprogramm anschmeißen, und zweitens werde ich mein Texture Pack switchen. die Mine, 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 die Mine langer, achso, ich sehe da Eisen, ich glaube, ich darf Eisen ja gar nicht abbauen, ich darf ja nur Kohle abbauen. Altes Hügelgrab, wir treten auf eigene Gefahr. Ein Gold, juhu. Also, ich wende jetzt mal hier mal kurz die Aufnahme und ich sage, bis zum nächsten Mal mit diesem schönen Screenshot und einem guten Blick auf die Kirche. Bis zum nächsten Mal, ciao!